16. August 1977, Elvis Presley, der King of Rock, ist tot. Der Rock'n'Roll-Sänger stirbt mit 42 Jahren an Herzversagen. Vor seiner Wohnresidenz Graceland in Memphis, Tennessee strömen schnell die Fans beisammen, trauern. Zwei Tage später sind es 120.000 Menschen, die Elvis bei der Beisetzung seiner sterblichen Überreste auf dem Forest Hill Friedhof in Memphis die letzte Ehre erweisen. Durch Songs wie Jailhouse Rock, In the Ghetto oder Suspicious Minds bleibt Elvis ihnen ebenso unvergessen wie durch seine unkonventionellen Auftritte, die die Erotik und Wildheit des Rock'n'Roll im zuvor kaum gesehener Weise herausstreichen. Auch in Deutschland, wo der King of Rock einen Teil seines Militärdienstes ableistete, war er stets von seinen Fans umgeben.